Na alle zusammen, mich hier ist wieder heute, Jala und herzlich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg aus Patch 10.2 und da habe ich mir was Schickes rausgesucht, was ich eben fertig bekommen habe. Und zwar Erkundung und dann Dracheninseln. Dort haben wir dann das Achievement, ich träume von Saaten. Und dafür müssen wir folgendes machen, steuert einen Samen zu jedem Ort der Smartfülle bei, um beim Wachsen der folgenden Pflanzen zu helfen. Und ja, das sind eine ganze Menge. Prinzipiell ist es aber eine relativ einfache Sache, wenn man denn weiß, wo die Dinger sind. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir brauchen ein paar Samen und zwar sind es diese hier, pralle Traumsaat oder kleine Traumsaat. Und dann gibt es theoretisch auch noch eine epische Variante und die bekommen wir hier eigentlich in der kompletten Zone. Jetzt ist es so, dass wir die am besten bekommen können während der Superblüte. Und da läuft ja so ein Baum immer zur vollen Stunde, quasi wenn dann rechts oder links rum, da kommen dann ein Haufen Mobs, die kann man killen, die droppen das ganz gut. Dann der Boss, der am Ende spawnt, droppt meistens solche Samen. Und dann gibt es noch so Säcke, die man kriegen kann, wenn man oben den Balken auffüllt. Dann gibt es drei Säcke, einen grünen, blauen, epischen. Da arbeitet dann aber quasi die kompletten Leute, die beim Event mitspielen. Und ja, da gibt es eigentlich relativ leicht den grünen und blauen, beziehungsweise den epischen auch relativ oft, wenn man auf einem großen Server ist. So, wenn wir diese Samen jetzt haben, die droppen auch bei allen anderen Mobs, können die zu einer niedrigen Chance droppen, beziehungsweise unter anderem auch bei Rares, dann können wir uns so einen Samen suchen, Samenfüllung, Schimpf, oder, nee, wie heißt das Ding? Smaragdfülle, so rum, genau. Und da müssen wir dann einmal hingehen und so ein Teil aktivieren. Also das klicken wir an und dann aktivieren wir das Ding. Übrigens, ihr müsst das nicht selber aktivieren. Ihr könnt auch bei anderen Leuten mitmachen. Ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Also ich habe jetzt das Ding hier hingebastelt und damit habe ich jetzt quasi hier diesen Punkt mit einem Samen erfüllt. Und wenn jemand anderer das schon gemacht hat, dann könnt ihr aber hier mit einem Samen beisteuern. Dann habt ihr quasi das Gleiche, als ob ihr das selber klickt. Zusätzlich könnt ihr noch Tautropfen reinmachen. Das ändert einfach nur die Beutelqualität. Da kann unter anderem dann ein paar Materialien in den Maun rauskommen. Und hier können dann unter anderem, je nachdem, was für einen Samen ihr nehmt, und bei grün, glaube ich, T-Mock, blau Pets und bei Episch können dann sogar Mauns rauskommen. Genau. Und ja, das ist es eigentlich. Ihr bastelt halt diese Samen hier hin. Und jetzt müsst ihr an die ganzen verschiedenen Spots. Prinzipiell ist es so, dass in der kompletten Zone diese Erdhaufen sind, wo ihr die Samen einsetzen könnt. Und ihr kriegt auch immer auf einem Map den angezeigt, der von euch am nächsten ist. Ja, ich habe mir jetzt mal die Koordinaten hier rausgesucht von den ganzen Teilen. Über All the Things ist das. Da wird das nämlich angezeigt mit Namen. Handynotes hat auch so eine Funktion, aber da steht leider nicht dran, wie die Dinger heißen. Das ist ein bisschen blöd. So wie es aussieht, ist es so, dass man nicht nur einen Spot hat, sondern die außenrum zählen meistens auch. Genau. Und jetzt gucken wir mal, wo die Sachen sind. Dann, alterslose Blüte, das haben wir hier oben. Das ist auf den Koordinaten 60, 17. Dann haben wir Lava berührte Lilie, die ist auf den Koordinaten 40, 24. Dann haben wir Waldgoldrute, die ist hier auf den Koordinaten 40, 43. Dann haben wir grünlicher Spross auf den Koordinaten 40, 52. Dann klare Kamille auf den Koordinaten 38, 59. Dann Mondtulpe auf den Koordinaten 42, 74. Dann blühende Psoralidium, keine Ahnung, was ausspricht, 48, 80. Dann haben wir klingender Flingerhut auf den Koordinaten 54, 67. Dann haben wir Flüsterblütensetzling auf den Koordinaten 51, 58. Dann möglicherweise müsst ihr auf der, warte mal, was steht da? Müsst ihr auf der anderen Faktion sein, um dieses anschauen zu können. Okay, keine Ahnung, welches jetzt das hier ist. Da steht anscheinend auf All of Things auch nicht der richtige Name drin. Hm. Aber hier ist auf jeden Fall auch eine auf den Koordinaten 49, 47. Dann haben wir hier eine liebliche Lupin auf den Koordinaten 56, 45. Dann haben wir Vegan Lied Lavendelsohn auf den Koordinaten 56, 37. Dann haben wir struppiges Süßholz auf den Koordinaten 63, 47. Dann singender Unkräutling auf den Koordinaten 63, 52. Dann Ysera Klee auf den Koordinaten 58, 58. Und dann haben wir Drachennarzisse auf den Koordinaten 64, 64. So, hier, wo ich jetzt gerade war, da ist auch noch mal eins. Weiß ich nicht genau, welches das war. Und hier, wo ich vorhin gerade war, da ist auch noch eins. Jetzt muss ich mal kurz raussuchen, welches das war. Ich glaube, das letzte, was mir gefehlt hat, war Blutrünstige Begonie. Das hier. Das müsste hier unten sein, wo meine anderen Chars sind, auf 50, 35. Und, ähm, kleine Randinformationen, die sind nicht immer da. Die spawnen halt nacheinander, wenn eins abgebaut wird, spawnen halt an einem anderen Spot eins. Also es kann durchaus sein, dass ihr quasi ein bisschen warten müsst, bis die da spawnen. Aber wenn ihr hier über das Gebiet immer wieder drüber fliegt und die immer mal wieder einpflanzt, dann kriegt ihr die nacheinander. Genau. Ich habe jetzt die Hälfte im Namen bestimmt falsch ausgesprochen. Dann seht es mir nach. Aber ihr müsstet jetzt wissen, wo die ganzen Dinger sind. Und dann drücke ich euch schon mal die Daumen beim Nachfarmen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video-Guide wieder. Euer Tillar. Bis dahin. Ciao. Ciao.